Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen Umstritten Conmebol gab die Schiedsrichter bekannt, die die Spiele Perus gegen Chile und Argentinien leiten werden. Mit einigen alten Bekannten unter den Auserwählten gab Conmebol die Schiedsrichter bekannt, die für die nächsten Spiele Perus verantwortlich sein werden. Ein Besuch in Santiago und ein Heimspiel, bei dem die Mannschaft den Weltmeister empfangen wird. Nachdem die peruanische Nationalmannschaft im September die ersten beiden Spiele des Qualifikationsprozesses für die Weltmeisterschaft 2026 bestritten hat, ein 0 zu 0 unentschieden gegen Paraguay und eine Heimniederlage gegen Brasilien, erwartet sie ihr nächstes Doppelspiel, bei dem sie gegen Chile und spielen wird Argentinien, Spiele mit von Conmebol ernannten Schiedsrichtern. Die höchste Organisation im südamerikanischen Fußball gab die Verantwortlichen für die Leitung der Spiele bekannt, die am kommenden Donnerstag, 12. Oktober, und Dienstag, 17. Oktober, ausgetragen werden sollen. Peru wird Santiago besuchen und den Weltmeister im Nationalstadion empfangen. Peru hat bisher einen einzigen Punkt geholt und belegt damit den siebten Platz in der Klassifizierungstabelle, hinter Paraguay, Venezuela und Uruguay. Mit Blick auf das Spiel gegen Chile hat Conmebol Wilma Roldan als Schiedsrichter für die Leitung des Spiels ausgewählt. Peru hat bereits eine, nicht so positive, Geschichte mit dem kolumbianischen Schiedsrichter, der das Spiel gegen Brasilien in der Qualifikation 2022 leitete, wo Peru am 9. September 2021 mit 0 zu 2 verlor. In diesem Spiel wäre das erste Tor ein Foul von Neymar an Anderson Santa Maria gewesen, das der Schiedsrichter nicht geahndet hätte, zusätzlich zu mehreren Schlägen brasilianischer Spieler, die Roldan ignoriert habe. Der Kolumbianer wird von seinen Assistenten Alexander Guzman und Dionisio Ruiz begleitet, während Bismarck Santiago der vierte sein wird. Jon Perdonow wird zusammen mit seinem Assistenten Yadir Acuna die Leitung des VAR übernehmen. Was das Spiel gegen Argentinien betrifft, wird der Venezuelaner Jesús Valenzuela der verantwortliche Schiedsrichter sein, der von Jorge Orrego und Tulio Moreno unterstützt wird, wobei Ángel Arteaga sein vierter Schiedsrichter ist. Der VAR wird für Nicolas Gallo verantwortlich sein. Das chilenische Team erlebt derzeit keine großartige Phase und hat bisher nur einen Punkt geholt, ist aber weit von dem schnellen und dominanten Spiel entfernt, das es in den vorherigen Qualifikationsrunden gezeigt hat. Sie verloren ihr erstes Spiel gegen Uruguay mit 3 zu 1 und blieben gegen Kolumbien ohne Tore unentschieden. Argentinien kommt im Gegensatz zu Chile in beeindruckender Verfassung an. Peru würde seine Ausbildung in La Videnia in der ersten Oktoberwoche beginnen. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram